Ich hab sie, die neuen Blushes von Essence und wir müssen sie unbedingt testen. Die werden ziemlich gehypt. Das sind die neuen Baby-Gott-Produkte von Essence aus dem neuen Sortiment. Der kommt in dieser sehr bekannten Quetschtube und hier unten ist so ein kleines Schwämmchen dran. Eins, zwei, drei. Oh, ich hoffe es ist nicht zu viel. Und wir verblenden es. Ich nehm noch ein bisschen mehr. Uh. Auf der anderen Seite probieren wir Pinkalicious. Schau mal, das ist eine ganz, ganz leichte Textur, die sich sehr, sehr gut in deine Foundation blenden lässt. Ohne diese Flecken. Grandios. Welche Seite gefällt dir besser? Ganz ehrlich, für den Preis ist das ziemlich, ziemlich gut. Schreibt mir mal, wie sie dir gefallen und folgt mir, damit ihr es nicht verpasst, wenn ich immer als erstes die neuesten Produkte teste.